ja willkommen mein name ist anielp und ich bin kurz zu meinem neuesten projekt und zwar overwatch ja ein spiel von blizzard entertainment für die ps4 formels plate für euch geil und ja overwatch mein erstes blizzard spiel ehrlich gesagt noch nie vorher irgendwie worte vor kraft oder starcraft diablo und also hat gespielt und ich war erst einmal nachdenken hier oder fängt schon richtig geil an von der sprache ob ich dieses spiel mir hole oder ob ich jetzt überhaupt nicht weil sie mich gesagt einstellungen zu der space aber laut der seite soll angeblich alles okay sein also verlasse ich mich mal darauf und ich habe hier weil die ersten parts also die ersten sekunden von anderen leuten immer so reingeschaut und jeder hat das intro übersprungen also nämlich man das vielleicht papier geschützt oder irgendwie sowas da kommt musik vor die geschützt ist oder irgendwie sowas weiß ich nicht genau jedenfalls habe ich es auch mal draußen gelassen habe start gedrückt und so und ja als wir da ist aber passiert ist so ein zwei dreiminütiger clip wo so ein weltraum gorilla kurz die story zusammengefasst hat da sind ein paar krasse typen aufgetaucht die die menschheit bedrohten und dann sind die overwatch aufgetaucht und haben gegen ihnen gekämpft und dann haben die leute irgendwie gedacht das sind auch kriminelle also die overwatch und jetzt sind die overwatch wieder zurück und bekämpfen immer noch gegen die und wie die irgendwie in dem multiplayer vorkommen sollen weiß ich nicht ich weiß nichts über dieses spiel ich habe keine ahnung okay ich weiß dass es ein multiplayer online spiel ist das glaube ich nur online spielbar ist aber hier gibt es noch einen trainingsmodus also nehme ich behandelt ist hier so der offscreen offline modus und da machen wir direkt mal ich habe jetzt hier in die option noch mal kurz rein gestoppt aber nicht viel geändert aus der lautstärke die hoffentlich in ordnung sein wird jetzt hoffe ich weil das ist immer so ein trend hier aber meinen ersten paar zimmer ist irgendwas zu laut oder zu leise und ja training und zwar machen muss aber besser als nichts lerne die grundlagen von overwatch kein problem eben statt der tutorial keine ahnung in welchen schritten diese videos hier kommen werden ob das spontan wird oder ob das durch sie irgendwie die ganze woche wie ein paar druck zu haben irgend sowas geht vielleicht nicht aber vielleicht ein paar mal in der woche oder so ich weiß nicht und ja ich dachte erst du bist der gorilla so was ich von dem spiel weiß es gibt 21 charaktere und da habe ich mal anderen youtube anwalt gesehen ist die person auf dem cover auf jeden fall ich dachte die ganze zeit da werden junge die empfindlichkeit die empfindlichkeit bin zwar auch eine person die die empfindlichkeit immer voll hoch hat aber das ist schon mehr zu wenig oder das ist ein bisschen krass ja ich weiß man frau bin mir noch nicht sicher ich will so erinnert mich aber an sorry aus tales of hysteria wenn ich ein anständiges bildbearbeitung sogar mit dann würde ich jetzt ein bild von denen da reinpacken ich glaube dass ich war doch schon das lebensnotwendig halt nämlich mal okay folgen sie tracer weiterhin okay ausgezeichnet springen sie auf den vorsprung und treten sie durch die schleuse sie befinden sich jetzt im schießstand bitte betreten sie den markierten bereich sie zielen mit dem fadenkreuz in der medizin die schweiz im pulsgewehr ist ihre primär waffe sehen wir mal worauf wir sie schießen lassen können sie zielen mit dem fadenkreuz in der medizin seite ihres bildschirms bewegen sie ist über den training spot echt ego schuter anfänger erklärt sie können einem nahen ziel auch mit einem nahe kampf angriff zusetzen gegner im feld könnten etwas schwerer zu treffen seien als dieser für sie ein paar gegner an die eine größere herausforderung darstellen wie zum beispiel diese trainings sobald gegner schaden erleiden dann sehr gutes und ich werde viel sein letzten jahren ja und da halb ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen ich bin halt nur ein bisschen später als sonst ihre fähigkeiten an beginnen wir mit sprint bitte bewegen sie sich zum markierten bereich in der mitte des raums während sie sich vorwärts bewegen können sie sprint aktivieren um schneller zu laufen probieren sie es jetzt aus zusätzlich zu sprint können sie sich mit dem biotischen feld selbst heilen für diese demonstration muss ich ihnen eine leichte wunde zu fügen nein leicht so lange sie sich im leuchtenden bereich aufhalten werden sie geheilt die fähigkeit kann ich schon wieder wichtig für den multiplayer diese abklingzeit wird auf dem fähigkeitssymbol angezeigt sobald sie können eine raketensalbe in zielrichtung abfeuern wenn die raketen explodieren fügen sie auf umstehenden gegnern schaden zu probieren sie es bei den zielen aus auch die ziel kommen wir schließlich zum taktischen visier ihrer ultimativen fähigkeit diese mächtigen fähigkeiten können den verlauf eines spiels ändern auf den schenken auf den schenken gar nicht auf den schenken die lade ich dir auf hier am unteren bildschirmrand angezeigt fügen sie den trainingsbots schaden zu um ihr taktisches visier aufzuladen ist aufgeladen ihre ultimative fähigkeit ist zu 50% aufgeladen ihre ultimative fähigkeit ist vollständig aufgeladen das taktische visier optimiert ihre zielfindung so dass ihre schüsse nie das ziel verfehlen aktivieren sie jetzt ihr taktisches visier und zerstören sie die trainingsbots zerstören sie ein zielpunkt einnehmen der aktuelle zielpunkt wird durch die richtungsmarkierung hervorgehoben gehen sie durch die offene tür und der zielpunkt ist mit einer ich bin zu steif war so toll bewegen sie während sie sich in dem bereich aufhalten erobern sie ihn nach und nach ihr aktueller fortschritt wird hier auf dem bildschirm angezeigt wenn sich gleichzeitig gegner im bereich aufhalten wird die einnahme unterbrochen sie haben den zielpunkt wir haben das tutorial wiederholen im match gegen die kai starten oder gegen andere spieler antreten hat ihn ja gewesen abgeschlossen schon ein trainingsbreich mehr die waffen und fähigkeiten der helden auf vor sie in einem match spielt oder obwohl ich bin machen wir jetzt nicht so der komplett player das war so meine ja eine handvoll ego shooter online gespielt aber er fehlt wenn fehlt das kompanie die zweiten teil wenn für drei splatoon und da war es auch schon im trainings bereich auf anderen kappen versuchen wir unser wenn sie einen helden ausgewählt haben auf die informationstaste drücken um sich seine details anzusehen wir nehmen wir denn zum ausgewählten helden zu wechseln da sind diese symbole daneben so die rollen nehme ich mal an 21 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 und zwar auswählen hier das ist auch ein mitglied also wenn wir uns macht alle alle wir haben ja auch sie wie ninja der sie auswählen auf kakao sind ein bisschen haben wir mccree welcher aussieht wie voll der revolver alt dann haben wir unsere dicke rüstungs rolle nehme ich an repa der repa aus soli 76 67 mein gott hat schon gespielt der robo copier tracer die britannische zeichen auf der schuld hat die eine frau ist nämlich an ich bin wenn man nehmen jetzt verliert passion erinnere mich irgendwie auch die 16 aus ja aus bringen wir sind ein roboter vögel muss man so ja den haben schon im team bildschirm gesehen hier aus wie ein panischer schütze das ist gestört sprengstoff typ irgendwie meine aktische der hammer mecca zwerg mega für die habe ich irgendwie 90 kind oder so eingeschaltet weil ich die origins version habe edition kann die war roboter rolle ja ich gehe ein bisschen langsamer nicht weiß und erinnert mich von der morde kreise aus league of legends nur alt mit metall also das ist ein typ mit einer schwein was ganz normal hey das ist doch der der das ist doch erklärt winsten die mucki frau mit einer sehr großen waffe einer scharfschützen sieht irgendwie aus lucia gangster rap was sie die titel wird schon schon gesehen die ist hübsch symmetra irgendwie geometrie einsetzungen zu kämpfen als ich und unser ball keine ahnung nehmen wir mal sie einfach nur weil sie auf dem cover ist sobald sie ein reich langweilig sind oder haben sie sich seine details in geiler und der trainingsbereich steht ihnen jetzt offen sie gar gern immer wieder hierher zurückkehren und verschiedene helden auszuprobieren oder ihre fähigkeiten zu trainieren wenn sie fertig sind hatten sie den trainingsbereich jederzeit verlassen hat sich noch keine aufgabe oder so okay wenn sie einfach nur mal auf mal an ist ohne grund also ich würde ich machen also weg hier das training gegen die kreie ich bin schon dann gegen andere spiele so bands hat man eher gegen die kreie rangliste nutzer definierter card hier geht es als eingemachte kanale schnell suche was richtig los geht wir empfehlen jetzt nichts unten aufgeführten spiel und ausbilden vor die andere spieler ja auch jeder macht mal leben ja training gegen die kreie so match aber werde ich mit anderen spielern gepaart keine ahnung ich habe erster werden typ ist ehrlich da habe ich aber da jetzt wegen meiner internetverbindung nicht zu lange was eigentlich welten galerie da kann sich die leute angucken da war ich bei einigen schon eins klassisch da sind die kostüme oder wie mit gefunden trete mit zwei jahren und hier mit anderen spielern in einer dinge eine gruppe oder sind das alles jetzt können sie sich bereit zum anderen sind andere spieler ja jemand hat schon dingens keine ahnung mit dem voice chat team beigetreten gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein ja es sieht aus wie andere spieler schon okay das hat mir geil da kann ich alles wie jeder sohn ausbrechen ich gehe schon mal raus keine zeit für spielchen kreis doch mal gucken jetzt spiel aber nicht einfach irgendwas ja keine munition oder so ne was hat denn hier heilung ok ich war noch mal wenn ich kann mit ihnen gar nicht dann war mich wie ich mich hier anstelle in dem spiel also eine heilung ging ich bin mir dann auf jeden fall weil wie viele leute sind da sechs gegen sechs und das ist ganz schön übel also mit vier oder so gerechnet pro gruppe oder schon ein bisschen krass nach oben hin jetzt nicht so aus wie der charakter der irgendwie irgendwie voll ja drauf hat wenn der gruppe ich anschleichen ich nehme das ziel ein ich veransprache den punkt hier man das ist eine rolle was ich mache oder nein das spiel noch mal was gar nicht mal ja auch wieder zum potz das geht mein gott ja ich habe keine ahnung ich habe für mich selbst gestimmt war schon das spiel in der loot box halten geil da gehen wir mal verlassen aber es hat hier sie betreten jetzt also ich bin noch im weg stunde okay dann sag mal ich glaube da waren doch spiel bin verwert keine ahnung so schnell so spieler stellt mit gegen spieler vergleichbaren können es komplett team von karriere machen einfach ich will den speck anfangs das spiel damit ich auf die fresse bekomme was genau so wird dann ablaufen ja nochmal weil ich den ersten part hier ist ja gar nicht hier im weltraum oder so also space auf der erde nur als in der zukunft oder machen sie sich mal zum anderen wenn ihr mir jetzt einfach die fällig mit zwei die steht also für dingens für den na wenn der west spielers ich habe und jeder hält hier hat wieder andere level oder so aber für kurze reichweite und mit dem fähigkeiten von der mächtigen halbbombe kurze ok wir sind natürlich schon was los ist wenn ich was das sein soll weil ich schon lernen angriffsphase beginnt in 30 sekunden fünf minuten ab wenn wir warten bin ungeleuchtet also ok ja exakt ich bin schon direkt auf der fester oder was einfach punkte zurück gespult ok ich hab dich gesehen gut nein da gibt es doch nicht ich hatte da so wenig ja wir kommen ja nicht mal raus was soll das ich habe ja mann eliminiert sehr gut und stürz irgendwie hat man nicht rennen kann ich nehme an ich tue zeit irgendwie so ein bisschen zurück besser von meinem der verlauf sowas gerade zeit manipulation da bin ich ja schon wieder der typ gewesen ist da müssen wir überhaupt machen wir sind das ding da einnehmen ne wahrscheinlich kann ich irgendwie rennen rennen brauche ich eigentlich nicht können wenn ich mich so teleportieren kann ja erst mal ab und dann wieder zurück porten ja extrem viel ja porten also was tut mir die nur so mit dem lege ich nicht noch mal an ob ich die ganze zeit kaputt ein erkennt mich nein ich bin nicht so geil am film okay diese mehr nächsten part steht überhaupt wirklich gut für mich ok links stand vielleicht tot jetzt macht uns ja alle fällig so ein schlag direkt weg warum er hat vor allem da reingeschossen aber sehr gut sind wir weiterkommen ausgezeichnet ja ich bin der fall schon ja ich sagte du bist du denn karte nehmen ich habe verkehrt mit ego schuter wie kann man sie im ego schutze aber warum ich kann noch mehr oder die bewegen sich aber anders also muss ich mich bewegen die ganze und jetzt komme ich ja nicht vorhanden ja okay man ist ja auch ein bisschen so auf heilung und zwar nein immer so knapp ich könnte den helden wechseln aber dass ich ist im match beiget man kann einfach so beitreten okay konter oder was so wirchen dann da also l2 macht meistens verschiedene sachen immer und dann sind ich bin doppelsprung machen wir sollten es schnell einnehmen nein der fächter der kommt schon wieder auf sich los hey jeder so schnell kaputt kriegt nein ich wollte nicht stehen auch wenn ich nur auf die frage ich beschütze die unschuldigen da ist ja eine typ hier viel besser au alter nesa ha 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 doch bitte ich dachte mir nicht unsichtbar oder was das ist das ende da gebe ich dir alle checken oder spruchgewehr oder zwei zeiten nach 60 sekunden das schafft man nicht das der weiß wie man im spiel der weiß wie man im spiel da habe ich zehn da haben wir verlieren macht doch was ich werde mich an ihren seelen da mit reich noch mal nix ok nach zehn sekunden durchschreitet zu ernährt von der sonne genau weil klar erstes spiel der spiel ist hat mir nie nein das spiel und schankwürdige zeichnet erst leider war der ruhig gestorben bin ich auf den armen ok so dann kann ich hier mehr geben oder was ich weiß ich vor kreis gedrückt keine ahnung mit verlassen und ich werde schon wieder ins nächste eingepackt ne egal ja ok na tempel sanobis doch nicht man wird da würde ich sagen das war es dann für diesen part oh ja den spiel ich nicht noch mal und dann sage ich mal wenn ich das video gefallen hat dann hinterlasst im like ein abo kommentar was weiß ich dislike wenn es euch nicht gefallen hat und ja wenn ihr mehr sehen wollt besser abonnieren und seid ihr auf den aufnehmen wann ich hier ein paar mehr videos hochladen und so und ja mal schauen wir auf jeden fall ich werde hier nicht auf screen machen ich werde hier so gut wie möglich alle matches die ich spiele auch aufnehmen direkt und ja im nächsten part geht es dann so ein bisschen weiter mit den online matches also ohne tutorial und was weiß ich nicht irgendwelche sinnloses gerede von mir und dann ja darauf freue ich mich schon wir sehen uns in der nächsten folge dankeschön fürs zuschauen und tschüss verdeuthe ans 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 які